Das Spiel gegen Richard noch mal. Alpay, du hast das zweite Spiel, zweite starke Leistung von dir. Kann man nur zu gratulieren. Dankeschön. Wie war das Spiel für euch? War ja hinten recht wenig zu tun, nur in Standards. Gab es da ein paar Kopfbälle rauszuklären? Habt ihr solide gelöst? Ja, ich sag mal so, wir haben zu viele Standards zugelassen erstmal, aber haben wir trotzdem souverän geklärt. Vor allem vor Schluss hat der Dustin noch mal gut pariert. Aber ansonsten denke ich mal, geht der Sieg in Ordnung. Und jetzt die Marschrude von den nächsten beiden Spielen, die innerhalb von drei Tagen sind? Ganz klar sechs Punkte. Wir wollen uns da jetzt festsetzen. Wir wollen den Aufstieg. Daran werden wir weiter arbeiten. Aber du weißt schon, dass Langfeld nicht gerade unser Lieblingsgegner ist? Also ich selber habe noch nie gegen die gespielt. Ich weiß auch nicht, wie der Platz da ist. Gar nicht. Aber ich sag mal, zur Zeit läuft es gut und wir werden da auch die drei Punkte holen. Alles klar. Danke dir, viel Glück.